Und aus Heidelberg Graf Mördi und Sleepy Gemma Graf Mördi hat uns schon die Musik vorbereitet, hat schon alles on the run gegeben. Judge is ready? Ich sehe noch, artistic impression braucht noch ein bisschen. Das Wetter ist wirklich, also für den Grafen haben wir heute Kaiserwetter bestellt und es kann einfach nur königlich werden. Applaus für die beiden! Und ich weiß, es bildet sich schon langsam aus, nur noch 30 Minuten bis zum großen Fußballspiel. Aber ich habe gerade mit den Veranscheidungen aus Afrika geredet, das Spiel ist doch erst um 20 Uhr. Also lasst euch Zeit. Achso, I'm sorry, we have to finish the tournament right now. Deutschland is ready. Judge is ready, player is ready. Rock and roll! Rollnen! hin two Untertitelung. BR 2018 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 30 Sekunden. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Time! Applaus für Slippi, Drammer und Lars Mördi. Kommt ihr bitte mal kurz her? Ich möchte euch noch so ein, zwei Fragen stellen. Es war einfach eine atemberaubende Show. Was denkst du, Slippi, wie war's? War ein paar Jobs zu früh, aber... Ich hatte ein paar Hammer-under-the-lack-Catches und ich denke, mit der Distribution, und das wissen die Judges sicher auch, wird er wahrscheinlich auf eins. Das war's. Was denkst du, Mördi? Wie war der Wind heute? Was war das schwierigste? Eigentlich gar nichts, war alles okay. Sehr gut. Danke für die Show. Viel Spaß. Jetzt gibt's noch eine Special-Show von, ähm, von, ähm, Wetzis Kindern. Er hat seine Familie heute mitgebracht und seine beiden Kinder werden heute eigentlich keine Show machen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Abgesehen. Das war's. Ich these alle. Ich finde, mach borrowed etwas nicht zu sein. Das war's. Ich denke, wir sind seit ihr. Versichung in einem bin der 60e nach Bistarbon ist oder momentции personas dabei genug gewandert, Ich devi centrale Evefristung für einen Ingenusschuss,